Musik 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 Ok, als nächstes ein 2er Set im Drahtkäfig also so heftig dass er hinten gitter muss mit Ghost-Effekt Dosch-Düro Nummer 46 Wir beginnen mit der Ausführung A in Rot Musik 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 Das war's. Einen wunderschönen Fächercake Silberhäuler zu Falling Leafs Totschführung Nummer 47 auf Viererliste, Punkt Nummer 49. Viererliste, Punkt Nummer 49. Das tut in den Ohren so richtig schön weh und das macht die nächste Batterie noch viel, viel besser. Nummer 50 auf Ihrer Liste ist auch die Totschführung Nummer 50. Wir erschießen beide Cakeboxen hintereinander. Kurzer Spaß, aber er bleibt im Gedächtnis, das kann ich Ihnen versprechen. ... ... Kürz und Knacke Perfekter Finalschlag, jetzt ein kleiner Profi-Tipp von mir, wer was wirklich Extravagandes zu Silvester sucht, was die meisten Sonomen kennen, der greift zur Toschbüro 51, 5x5 Schuss im Fanshape abgeschossen, Brokatwasserfälle mit bunten Schuss. Oh, oh, oh. Ja, da kam einiges runter. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Also man darf den Wind auch am Semester nie unterschätzen. Das trägt zum Teil wirklich, ich kann auch mal über 50 Meter weg. Als nächstes Tosch-Pierrohr 3. Ein leiser Effekt, Blickkometen mit grünen Blicksternen. Ja, wird zackig abgeschossen wie ein kleiner B-Cocade im X. Schauen Sie es sich einfach mal an, einfach extravagant. Wie wäre es mit Klatschen? Die habe ich selbst zusammengeklebt. Glaubt mir wieder keiner. Okay, dann überrasche ich euch. Ich sage jetzt einfach mal, nicht viel. Tosch-Pierrohr 56 für 10 Euro. 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 that's hogy das ist. Euro. 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 Fo. Euro. 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 Der Miller-Tosch-Püro 59, Kaliber 30 mm, einfach nur Gold mit dicken Zertägern. Als nächstes der Preis ist heiß, 12 Schuss für 5 Euro, Silberberblinker im Wechsel mit Poppingflowers. 15 Schuss, ein Crackling-Combie im Wechsel mit Crackling-Combies. Okay, waren keine Crackling-Combies, tut mir leid. 33 Euro habe ich mir links auf die Liste geschrieben, also ich lasse mich auch einfach mal überraschen, was jetzt kommt. 4.5 Euro, Silberber, Silberber, Silberber. 4.5 Euro, Silberber, 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 Silberberber. Macht Spaß, oder? Als nächstes Tosch-Püro Nummer 63 auf Ihrer Liste, die 59, ein Z-Shake-Fächer-Cake mit Goldenglitter und Blauenstern. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es wird immer größer. Als nächstes Tosch Büro Nummer 64 mit 36 Schuss, silberner Aufstieg, blaue Sterne mit Draggling für 25 Euro, volle 500 Gramm Netto-Explosivmasse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020